Um eine vorher erstellte Aktion auf mehrere Bilder anzuwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit der Stapelverarbeitung, die Sie aus Adobe Photoshop heraus starten, oder die gleiche Stapelverarbeitung gestartet aus der Adobe Bridge heraus. Ich möchte Ihnen Variante A zuerst demonstrieren. Sie wählen die Aktion aus, die Sie durchführen möchten. Ich nehme hier diese Schwarz-Weiß-Umwandlung, damit das nicht zu lange dauert, im Vorführen. Gehe auf Datei automatisieren und habe hier den Punkt Stapelverarbeitung. Stapelverarbeitung aktiviert mir folgendes Menü. Es geht hier darum, im oberen Bereich ist definiert, welche Aktion ausgeführt werden soll. Also wenn ich vorher bereits die Aktion auswähle, brauche ich hier nur kontrollieren, ob das die ist, die ich haben will. Sonst könnte ich hier durchaus umstellen, welche Aktion ich ausführen will. Im zweiten Bereich von oben finden Sie die Quelle. Bei Quelle können Sie Dateien aus Ihrer Kamera importieren oder einen Ordner wählen. Oder wenn Sie Dateien geöffnet haben, diese geöffneten Dateien als Quelle angeben. Die Bridge-Version, zu der kommen wir dann noch. Ich gehe hier auf Ordner, muss hier einen Ordner auswählen, um eben alle Bilder, die sich in diesem Ordner befinden, umzuwandeln. Ich gehe hier auf meinen Kapitel 1 Ordner aus den Aktionen. Ich habe hier noch verschiedene Varianten, dass ich sagen kann, okay, sollte in meiner Aktion ein Schritt öffnen vorkommen, dass der überschrieben wird. Es gibt in diesem Ordner Unterordner, dass die mit eingebunden werden. Ich gehe hier auf Optionsdialogsfelder für Datei öffnen. Das wäre, würden sich RAW-Dateien in meinem Ordner befinden, dass hier keine Dialoge zum Öffnen aufgehen. Und ich kann hier auch Farbprofilwarnungen unterdrücken. Also wir wissen jetzt, diese Aktion wird durchgeführt, wird auf alle Bilder dieses Ordners hier angewandt. Angewandt und Ziel kann ich mich für drei Dinge entscheiden. Ziel ohne hieße, die Dateien werden geöffnet, die Aktion wird durchgeführt und die Bilder bleiben im Photoshop einfach geöffnet, um weiterarbeiten zu können. Speichern und Schließen müssen Sie sehr gut überlegen. Es werden die Bilder geöffnet, die Aktion wird ausgeführt und die Originaldateien werden überschrieben. Also ganz mit Bedacht und Vorsicht, wenn Sie diese Aktion ausführen, am besten vorher die Bilder in einem anderen Ordner kopieren, weil die Originaldateien sind dann überschrieben. Am meisten Sinn hat die Version mit Zielordner. Das heißt, ich wähle hier einen neuen Ordner. Ich erstelle mir hier geschwind einen neuen Ordner am Desktop. Und klicke den an. Ich kann hier immer noch kontrollieren, ob das eh der richtige Ordner ist, wo ich die Bilder dann hinhaben will. Zum Bereich Speichern und den Aktionen überschreiben, komme ich dann in einem späteren Tutorial. Ich könnte die Dateien hier auch noch umbenennen. Wesentlich ist aber, diese Aktion wird auf diese Bilder angewandt und die kommen dann hier in einen neuen Ordner. Und wenn ich jetzt OK drücke, dauert das je nach Bildgröße und nach Anzahl der Bilder im Ordner unterschiedlich lange. Die Bilder werden geöffnet. Diese Aktion, die aktiviert ist, sprich hier diese Schwarz-Weiß-Umwandlung in ein braun getontes Bild, so wie wir es aufgezeichnet haben, wird durchgeführt. Und die Dateien werden in diesen neuen Ordner gespeichert. Nämlich so gespeichert, dass das Dateiformat nicht verändert wird. Das ist wichtig. Wenn ich das Dateiformat verändern will, dann muss ich die Aktion etwas anders aufzeichnen. Dazu mehr in einem der nächsten Kapitel. Natürlich hätten wir auch eine Aktion auswählen können, die hier, dieses Verbessern 1, die unterbrochen ist. Da ändert sich in der Stapelverarbeitung gar nichts. Ich habe hier meinen Ordner fertig, wo sich jetzt diese braun getonten Dateien alle drin befinden, weil diese Aktion auf all diese Bilder angewandt wurde.